hey leute und willkommen zu einem weiteren neuen icepoofer guide video in dem heutigen video wie versprochen möchte ich euch die wichtigsten funktionen in icepoofer erklären beziehungsweise die features ich habe eigentlich davor schon ein video gemacht aber ich musste das komplett wieder neu aufnehmen weil man komplett die ingame sounds von pokemon go gehört hat was natürlich scheiße ist aber okay so zum hauptthema zum icepoofer leute ich habe dazu schon genug videos gemacht wie man icepoofer installiert da müsst ihr auf jeden fall einfach mal die älteren videos einfach angucken ich habe ein aktuelleres gemacht mit free one tools und mit alt server diese ganzen anleitungen funktionieren immer noch also könnt ihr euch daran immer noch halten um so icepoofer zu installieren icepoofer ist generell aus kostenlos zu nutzen auf der linken seite seht ihr noch mal die kostenlosen features und ihr seht dann noch mal auf der rechten seite die kostenpflichtige features also man kann icepoofer praktisch für 4,80 also 5 dollar eigentlich aber 4,80 euro sind das ungefähr im monat supporten dann bekommt man noch mal die premium features dazu wir gehen heute auf die ganzen funktion mal ein bisschen ein um euch das zu zeigen was hier wichtig ist und noch mal eine ganz kleine erklärung zu den soft bands damit ihr hier wirklich keine soft bands triggert werde ich euch jetzt einfach mal ein bisschen dazu was erklären aber wenn ihr euch dasselbe noch mal gut durchlesen möchtet habe ich das im discord auf deutsch verlinkt und auf englisch von der hauptseite von icepoofer gibt es da auch noch mal die ganze erklärung auf englisch da müsst ihr euch das ganze mal durchlesen damit ihr wirklich keine soft bands triggert also wir gehen jetzt mal davon aus ihr habt icepoofer installiert und ihr wollt definitiv nicht an eurem ort pokémon fangen sondern ihr wollt wirklich woanders pokémon spiel fangen ja der beste ort ist eigentlich hier saragossa in spanien und wie das ganze funktioniert wenn ihr jetzt hier icepoofer installiert habt seht ihr hier oben diese kleine roulette hier von icepoofer mit den wichtigsten einstellungen da klicken wir einmal drauf gehen einmal auf snipen auf hotspots und dann wählen wir einfach das natürlich nicht wählen wir hier direkt saragossa aus und ihr seht hier auch noch mal den cooldown ja wir sehen hier der cooldown beträgt 0 sekunden weil ich hier schon auf diesen ort bin wenn ich mich woanders hin teleportieren würde würde hier auch dran stehen der cooldown 82 minuten müsste ich warten bis ich die nächste aktion durchführe was ist damit gemeint wenn ich mich jetzt praktisch auf einem ort teleportieren müsste wo ich 80 sekunden oder so warten müsste ja beziehungsweise 80 minuten sorry dann ist es wirklich sehr wichtig diese minuten abzuwarten wenn wir dann ein pokémon anfangen zu fangen dann bekommen wir direkt ein softball und das wollen wir natürlich nicht wie wir sehen kann ich jetzt hier die ganze pokestops drehen während softball getriggert hat weil er den cooldown nicht abgewartet hat er kann keine pokestops drehen und er kann auch keine pokémon fangen das müsst ihr auch noch mal auf jeden fall beachten leute denn ja mal gucken ob das jetzt gefangen wird ja gut wird gefangen wollte ich noch mal kurz sicher gehen so ja jetzt die ganz wichtigsten einstellungen die wir jetzt hier einmal komplett durchgehen werden wir gehen hier einmal auf die eisbufer logo seite dann klicken wir auf einstellungen und dann haben wir hier die ganzen sachen hier sehen wir auch mein e mail adresse wo ich das ganze verifiziert habe weil ich die premium variante habe wir gehen zuerst auf abkürzungen und dann kann ich euch auf jeden fall erstmal empfehlen einfach verberge eisbufer ui anzumachen diese und dieses kleine auge mit dem durch gestrichenen strich hier durch gestrichenen strich da muss ich los also einfach mit dem durch strich hier dann laufen habe ich aktiviert in der nährer da und tempo das sind einfach die wichtigsten features die wir hier eigentlich hauptsächlich brauchen der rest ist alles hier drin abgekürzt deswegen brauchen wir da keine doppelten seiten ja so spiele ich und so spiele ich auch ganz schön smooth dann leute kommen wir zum wichtigsten thema mit den ganzen einstellungen die ihr beachten müsst ich habe jetzt hier zum beispiel v-scan an wenn das an ist dann sieht das ganze so aus wenn ich jetzt hier ein pokémon anklicke zum beispiel das liegt da hier und dann sind wir auf der rechten oberen seite den iv wert vom dick da und wenn wir das anklicken dann sind wir auch die anderen werte die uns wirklich sehr wichtig sein können wie attacke also angriff verteidigung und stamina also ausdauer wenn wir zum beispiel bei allen drei punkten 15 15 15 hätten würden wir ein hunderter iv pokémon haben und ja das ist halt dann praktisch der iv wert den ihr dann praktisch habt um eure pokémon dann hier beobachten zu können wie stark sie sind wenn ich jetzt hier auf meine pokémon gehe das ist jetzt wie gesagt mein test account dann können wir hier so durchgehen dann sehen wir auch die ganzen iv werte ich habe jetzt zum beispiel ein tour talk mit 1037 wp natürlich ist das nix aber die frau wert hier ist 12 14 15 hätten wir wie gesagt bei beiden noch 15 15 also attack und defense dann hätten wir auch ein hunderte iv pokémon und dann würde das ganze in gold markiert sein ja so so viel thema so viel zum iv wert das nächste was man einstellen kann automatisch umbinden würde ich auf jeden fall auslassen weil wenn ihr das macht dann sieht das ganze bei euch so aus ich zeige euch das mal aktiviere das einfach jetzt mal so und wenn wir jetzt auf die pokémon gehen dann sehen wir hier alles ist hier so beschissen umgenannt also tut mir leid für die aussprecher also es ist wirklich blöd umbenannt was man wirklich nicht braucht ja das wird glaube ich keiner haben und das ganze kann natürlich wieder deaktivieren nach dem neustart ist es dann auch wieder weg oder wir tun es einfach ausmachen hier steht auch das spiel muss dann neu geöffnet werden so öffnen wir das spiel einfach noch mal neu und dann ist das ganze wieder normal ich würde euch einfach empfehlen diese funktion gar nicht zu nutzen ja ansonsten habt ihr am ende einfach ein wursteln mit euren namen hin und her und ich glaube das möchte keiner haben gehen wir einfach mal wieder zurück ins spiel und gehen noch mal die wichtigsten funktionen durch die wirklich ihr aktiviert lassen könnt dazu zu den einstellungen zwitschen und hier haben wir jetzt mal verbesserter wurf und da empfehle ich euch einfach auf exzellent zu lassen dann lassen wir den schnellfang trägt ein automatisches fliehen lasst ihr auch ein auto run away of not shiny das bedeutet einfach nur dass ihr dann auf shiny hand geht das heißt dann in dem sinne wenn ihr ein pokémon anklickt und es ist kein shiny pokémon dann haut ihr automatisch ab und ich glaube ich dass ihr das machen wollt außer ihr geht wirklich auf shiny hunting also wenn ihr wirklich spezialisiert auf auf shiny pokémon das gibt euch jetzt kein boost dass ihr zu 100 prozenten shiny pokémon bekommt das ist es nicht es spart euch einfach zeit schneller von dem pokémon abzuhauen wenn ihr wirklich ein bestimmtes shiny pokémon haben wollt so ja dann vorschau fangen geben sie es auch noch mal ganz ganz wichtig das aktiviert zu lassen weil ich zeige es euch jetzt wenn wir jetzt ein pokémon fangen wollen zum beispiel das fifien und wir schmeißen den pokémon und dann steht hier direkt entkommen wenn entkommen steht dann bedeutet das dass wir noch mal die chance bekommen das pokémon zu fangen und wenn wir den pokémon nochmal schmeißen steht entweder geflohen oder gefangen bei beiden worten also entweder gefangen oder geflohen wird die animation unterbrochen wie ihr gesehen habt dann wird das ganze abgekürzt wenn wir ein pokémon fangen unterbricht sich das ganze und er kehrt zurück zum bildschirm zurück zum weiterspielen zu sagen und ja da habt ihr jetzt einfach die wichtigste info deswegen was nochmal wichtig ist was die leute irgendwie nicht verstehen bei dem verbesserten wurf ich zeige euch den jetzt mal ihr macht einfach jetzt mal schnell fangtrick kurz aus und exzellenter wurf habe ich ausgewählt das ist einfach fabelhaft mit kurv ball automatisch ich werde jetzt einfach mal pokémon fangen und den pokémon einfach richtig schlecht werfen ja ich werde jetzt einfach mal hier ohne kurv ball ohne dass ich jetzt irgendwie so in der mitte irgendwie treff so zack ok jetzt ist es in kommen das funktioniert dann so nicht es muss natürlich drin bleiben so komm schon ich will die mitte gar nicht treffen ich will einfach ganz normal werfen so jetzt habe ich es gefangen also es bleibt zu 100 prozent jetzt drin nach dieser meldung normalerweise würde das jetzt automatisch beendet werden aber ich habe ja diese animation ausgemacht damit ihr das sehen könnt damit ihr seht pokémon gefangen fabelhafter wurf und kurv ball obwohl ich kein kurv ball gemacht habe ja wenn wir aber ein pokémon beim ersten wurf direkt fangen gibt es noch mal ein paar ip dazu dazu bewege ich mich jetzt einfach mal mit dem joystick ein bisschen hier nach vorne damit ihr neues pokémon mal spawnt komm schon ja dankeschön hier haben wir ein knacklion ich mache natürlich immer diese kurv ball würfe trotzdem und es ist jetzt direkt beim ersten wurf gefangen und jetzt werdet ihr gleich beim fang ergebnis sehen dass beim ersten ball das ganze auch noch mal mit ep berechnet wird so knacklion wurde gefangen und dann seht ihr jetzt hier pokémon gefangen fabelhafter wurf 100 ep kurv ball und mit einem wurf noch mal 50 ep wir machen mit jedem einzigen wurf machen wir 260 ep das boost euer level auch noch mal erheblich nach vorne ja und so könnt ihr dann praktisch die pokémon schnellstens fangen deswegen ich empfehle aber trotzdem immer schnellfangtrick einzulassen weil wenn ihr dann ein pokémon jetzt fängt dann wird das ganze einfach unterbrochen das funktioniert sie jetzt hier nicht weil die einstellung nicht übernommen worden ist dazu muss ich einfach erst mal fangen hier den verbesserten wurf wieder ausmachen schnellfangtrick wieder einmachen und dann funktioniert das so jetzt klicken wir das nächste pokémon mal an mal gucken ob das mit dem ersten ball drum bleibt natürlich nicht ich man kann natürlich selber direkt fliehen damit man noch mal damit man nicht extra warten muss so mache ich das meistens immer so wieder entkommen dann flieh ich einfach schnell und klick es noch mal an so kürze ich mir das halt ab das ist halt hier dieser trick dabei deswegen bin ich jetzt noch nie gebannt worden oder so natürlich wenn die bälle nicht immer direkt treffen oder wenn es immer angreift jetzt gefangen aber die animation wird trotzdem nicht übersprungen das heißt ich muss das ganze einfach noch mal wenn das bei euch nicht immer klappt ein spielneustart ist eigentlich schon ausreichend damit das ganze übernommen wird jetzt mache ich das nochmal an zack zack und auf exzellent und dann sollte das eigentlich auch übernommen werden ansonsten muss ich das game nochmal neu starten kurz und dann ist das ganze übernommen wenn es noch nicht mal funktioniert da müsste ich jetzt das game neu starten aber das ist mir jetzt zu blöd also gut ja weiter im schritt beziehungsweise in den tipps tricks dazu die wichtigsten funktion habe ich euch jetzt erklärt kommen wir noch mal zu neben funktion wie zum beispiel verberge joystick dann könnt ihr diesen joystick hier rechts praktisch verbergen wenn er euch auf diesen auf dem sack geht und dann kommen wir hier zum beispiel joystick richtung halten wenn ihr den joystick nach oben drei sekunden lang haltet dann ist es einfach so dass er immer nach geradeaus durchläuft was natürlich ein bisschen blöd irgendwie ist deswegen würde ich es nicht nutzen in der näherer da ist auch noch mal eine ganz nützliche funktion die ich selber nie nutze weil ich das nicht brauche das braucht ein paar sekunden bis sich das aktualisiert so da ist es schon ein fenster hier ein fenster da ein fenster dort das sind mir zu viele fenster deswegen nutze ich das ganze auch nicht es dauert halt immer wieder kurz ich habe jetzt hier glaube ich ein filter drin das kann man nämlich hier einstellen genau am filter dreiden aktuell sieht sich das am besten so jetzt habe ich hier die ganzen pokémon hier die weiter weg sind ein 100er ev dieser samen wenn ich mich jetzt dahin teleportieren müsste ich trotzdem 120 minuten warten wenn ich das jetzt mache und das pokémon jetzt fange dann bin ich sofort gebannt und das pokémon ist weg also habe ich davon nichts damit ich aber nicht gebannt werde könnte ich mich jetzt hin teleportieren ja und ihr macht dann folgendes ihr klickt das pokémon an das pokémon habe ich ja schon gefangen deswegen ist es verschwunden ihr klickt das pokémon dann an und dann wartet ihr zwei stunden ja ihr wartet wirklich zwei stunden in diesem menü macht am besten einfach euer handy auf standby einfach die ausschalttaste gedrückten also drücken und dann einfach zwei stunden warten und wenn die zwei stunden rum sind dann könnt ihr das pokémon fangen das war natürlich nichts und dann sollte das ganze auch als gefangen gelten und ihr habt kein soft bun getriggert diese ganzen menü sind mir aber hier zu viel deswegen habe ich die gar nicht an ich wollte euch einfach nur mal hier im überblick zeigen dass ihr die auch nutzen könnt mir reichen diese zwei symbole hier ansonsten gibt es noch speichere die letzte aktion auf jeden fall an machen und standort fälschen an machen damit ihr spufen könnt speichere die letzte aktion ist einfach nur dafür da und dass ihr ja wie gesagt ganz einfach kurz und knapp wenn ihr das spiel beendet und wieder das spiel startet dass ihr da seid mit den einstellungen wo ihr zuletzt wart ganz einfach ladezeit der map von der map verkürzen würde ich an machen damit lädt die map einfach schneller und kann aber zu abstürzen führen bei einigen iphone geräten warum auch immer deswegen würde ich euch das mal empfehlen zu testen bei mir ist es bis jetzt nicht abgestürzt also könnt ihr selber testen und teile kartendaten habe ich gar keinen plan was es ist ich habe das die ganze zeit angehabt aber aktuell nutze ich nicht ich bin mir da ein bisschen unsicher was das zu bedeuten hat und ja die letzte funktion die ich euch jetzt noch zeigen möchte zwei letzte funktion ist ja wie gesagt hier noch mal ich habe das hier in der nähe da selber offen wo ich das mit der kleinen lupe hier unter dem play button hier wo ihr sehen könnt auf der linken seite ich da drauf gehen dann sehe ich pokémon hier in meiner nähe und dann könnte ich theoretisch sagen ich teleportiere mich zu einem pokémon oder laufe dahin ja ich glaube mal hier zu diesen karadonis sind dann läuft mein charakter zu diesen karadonis sind ich mache das jetzt auch so dass sie einfach ein bisschen schneller dahin läuft ich werde deswegen jetzt auch nicht gebannt oder so und sie läuft direkt automatisch diesen karadonis sind dann warten wir einfach ein paar sekunden können den pokoshop schon mal drehen wie seht es funktioniert und dann dauert das halt ein bisschen bis das karadonis jetzt spawnt und ja da ist es doch schon und dann können wir das auch schon fangen ja also das dürfte eigentlich kein problem seines ohne problem zu fangen entkommen bei mir wird die animation leider nicht automatisch irgendwie abgebrochen ich weiß nicht warum automatisch fliehen mache ich mal aus und wieder an mal gucken ob es jetzt funktioniert ja jetzt funktioniert genau so soll es sein so verkürze ich mir halt praktisch die zeit um pokémon zu fangen und jetzt kommt noch eine letzte funktion und zwar wollen ja viele wissen wie man automatisch läuft damit man eier brüten kann und so ihr klickt einfach hier auf dieses play button und dann möchtest du automatisch gpx routen klickt auf ok und wählt statt 300 macht ihr einfach 1000 dann kommen 1000 pokestops in frage für euch und stellt die geschwindigkeit auf 9 kmh weil alles über 9 kmh wird nicht gezählt für das eier ausbrüten und das sieht auf der map dann ungefähr so aus so könnt ihr dann die map sehen dass sie diese ganz roten punkte hier diese punkte zeigen uns wo wir unser charakter jetzt durchläuft ich empfehle euch einfach diese funktion zu nutzen weil wenn ihr automatisches laufen starten macht ja ich mache das jetzt mal hier aus und starte nur das hier dann läuft er praktisch immer nur die gleichen stops ab also nur die was hier in der nähe sind ja das ist halt irgendwie ich weiß nicht ob das mit absicht so gemacht ist damit man einfach eier brüten kann ohne probleme ist ja auch keine schlechte funktion aber mir ist halt wichtig dass ich wirklich verschiedene stops habe deswegen mache ich das über die karte öffnen klicke hier unter das sternchen drauf mache automatische gpx routen starten und 2000 pokestops eintragen und dann wiederholte das ganze und dann seht ihr hier rechts unten könnt ihr dann praktisch auswählen wie oft er das wiederholen soll das heißt er geht einmal die 1000 durch und wenn ihr das auf unendlich setzt dann läuft er unendlich diese pokestops durch ja ich kann das ganze mal einfach kurz verschneiden auf 120 km h dann seht ihr dass das die dass mein charakter einfach komplett durch die pokestops durchläuft die geht jetzt durch alle pokestops die in der nähe sind ihr müsst aber selber die pokestops drehen aber so könnt ihr halt keine pokestops fangen mit dieser geschwindigkeit deswegen müsst ihr es auf 9 km h pro stunde lassen und dann könnt ihr die pokestops ohne probleme nebenbei drehen ja es ist wie gesagt ihr müsst selber spielen und selber pokémon fangen bei icepuffer ja mehr gibt es eigentlich nicht zu beachten das sind alle funktionen die ihr kennen müsst ja denkt dann immer die cooldowns im auge zu behalten ihr könnt einen timer setzen ihr könnt die ev liste abchecken dann seht ihr hier auch welche pokémon ihr im team habt und ja sonst eigentlich gibt es nichts besonderes hotspots habe ich ja euch ja gezeigt beziehungsweise zeige ich euch noch mal ganz kurz wenn ihr die besten hotspots sehen wollt geht hier auf die einstellungen oben dann auf snipen klickt auf hotspots und dann könnt ihr die besten hotspots hier auswählen ich empfehle euch wie gesagt zaragoza da kann ich mich ja wie gesagt hin teleportieren und ja es ist einfach der beste spot zum pokémon fangen und pokestops drehen und so weiter ja des weiteren gibt es noch eine funktion die für euch vielleicht wichtig sein könnte äh und zwar wäre das zum beispiel äh die pokémon in entfernung mit der ev liste zu begutachten ja ähm ich weiß jetzt nicht ob ich das hier machen kann ich muss das mal ganz kurz gucken in den einstellungen gehe ich auf abkürzungen das benutze ich halt so gut wie gar nicht ich glaube das ist äh bei koordinaten feed war das genau das könnt ihr theoretisch noch aktivieren dann habt ihr koordinaten feed und jetzt seht ihr die besten pokémon nach ähm ich sag mal iv bewertung ja ich tue jetzt einfach mal nach iv und dann sehe ich hier alles hunderter iv pokémon ja ich kann mich jetzt zu diesem evoli teleportieren ja und muss aber 119 minuten warten aber ich habe euch ja gesagt ich teleportiere mich jetzt mal kurz hin ich werde es jetzt nicht fangen aber ich werde es euch einfach zeigen dass es auch damit ihr es im hinterkopf nochmal habt wie ihr dann dieses pokémon zu 100 prozent bekommen könnt äh damit ihr nicht gebannt werdet und dass das pokémon auch nicht flieht ja es dauert halt einen moment bis die ganzen pokémon hier spawnen und dann seht ihr auch gleich dass es auch wirklich ein hunderter iv evoli ist so hier ist es natürlich wieder tag das ist genau bei dem pokestop hier am besten den pokestop jetzt nicht drehen sonst habe ich wirklich eine softbahn getriggert das möchte ich jetzt nicht das ist jetzt wirklich sehr sehr weit weg so jetzt dauert es nochmal einen kurzen moment bewegen wir uns mal selber mit dem joystick einfach nach links ein bisschen ich hoffe dass evoli spawnt gleich weil die pokémon liste hat sich noch nicht aktualisiert einen bann habt ihr natürlich nicht bekommen ne also ihr braucht euch keine sorgen machen ich habe jetzt wie gesagt wenn ihr das so macht wie ich oder so wie es jeder eigentlich machen sollte ähm keine pokestops drehen bären geben oder so oder pokémon fangen dann triggert ihr auch keinen bann so jetzt spawnen nach und nach die pokémon mein iphone kommt da gerade nicht hinterher weil es auch noch mal eine aufnahme macht so wo ist denn das evoli es müsste jetzt gleich dann mal spawnen ich glaube es spawnt gerade nicht ich bewege mich einfach mal noch ein bisschen hin und her äh na evoli wo bist du denn es müsste eigentlich hier sein aber irgendwie möchtest du nicht rauskommen das kann halt mal vorkommen leute dass ihr dann wenn ihr euch teleportiert das pokémon momentan nicht erscheint dann müsst ihr einfach hin und her laufen bis es mal erscheint und wenn es gar nicht erscheint dann ist es einfach komplett despawn ne also dann heißt es dass einfach der cooldown praktisch von dem pokémon abgelaufen ist und ihr es nicht mehr fangen könnt ich denke mal das sieht auch so aus dann suchen wir uns mal ein anderes oder warte mal ist das gerade gespawnt ne ok doch da ist es 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 evoli dann klicken wir das evoli an es ist ein 60er evoli da muss ich echt los und wisst ihr auch warum ich kann euch jetzt auch ganz genau sagen warum das nicht funktioniert und dass es ein 100er ist weil ich bin level 23 und wenn ihr hier die info mal achtet nur level 30 plus trainer können dieselben ev werte wie im feed sehen um es zu vermeiden gebannt zu werden bitte immer auf die cooldowns zeit achten bevor man eine aktion am neuen standort ausführt ja leute seht ihr genau das wollte ich jetzt auch nochmal selber herausfinden alles unter level 130 kann kein 100er ev laut feed bekommen ja also ihr könnt natürlich glück haben und ein 100er ev bekommen aber es funktioniert halt nicht so einfach wenn ihr level 30 seid ist es zu 100% 100er ev gut ich möchte euch eure zeit nicht weiter raumen ich habe jetzt alles wichtige erklärt wenn ihr nochmal nachlesen wollt wie ihr die cooldowns vermeiden könnt dann einfach wie gesagt im discord vorbeischauen alle links in der video beschreibung bitte in der whatsapp gruppe nicht zehnmal fragen was cooldowns sind ihr werdet immer dieselbe antwort bekommen lest es einfach durch schaut euch dieses video an dies das ananas und ja ich wünsche euch auf jeden fall jetzt viel viel spaß mit eisbufe leute ihr könnt natürlich weitere fragen dazu posten ist keine frage einfach in die kommentare damit da gebe ich dann persönlich die antwort drauf und ja ich verabschiede mich an der stelle bis zum nächsten mal euer wis ciao ciao